Wir produzieren Smart Meters für die digitale Wasserversorgung von morgen und das Ganze mit 100% Kreislaufwirtschaft. Wasserzähler unterliegen der Eichfrist. Nach dieser Frist, das sind heute beim Kaltwasserzähler sechs Jahre, muss der Zähler gewechselt werden. Bisher war es so üblich, dass die Masse der Wasserzähler auf dem Schrott gelandet ist. Und da ist es doch viel zu schade, so einen Zähler einfach wegzuwerfen. Da kommt die Kreislaufwirtschaft hervorragend ins Spiel, weil wir dann diese Zähler einfach von Anfang an hochwertig bauen, langlebig bauen, sodass diese mehrfach eingesetzt werden können. Wenn man sich vorstellt, dass wir im Jahr eine Million Wasserzähler produzieren, ist jeder Zähler, den wir nicht neu produzieren müssen, eine Einsparung. Sei es in Richtung Material, Energie und Umwelt- und Klimaauswirkungen. Wir versuchen einfach, dem Kunden keine Hürden aufzustellen und alles, was der Kunde hat, zurückzunehmen. Das heißt, Fremdprodukte werden zerlegt. Am besten ist es, unsere eigenen Produkte zurückzunehmen, letztlich nur zu reinigen, zu desinfizieren, neu zu kalibrieren und wieder als voll funktionsfähig ins Feld zu bringen. Weil wir das Material einmal einkaufen, das Produkt aber mehrfach einsetzen, hat der Kunde, genau wie wir, einen wirtschaftlichen Vorteil und ich hoffe, dass diese neue Definition von Nachhaltigkeit doch eine Motivation für alle Beteiligten bringt. Das unterstützt zu kriegen vom Umweltministerium und vom BDI ist eine ganz tolle Geschichte. Nachhaltigkeit 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 Vielen Dank.